Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, noch eine späte Sondersendung aus aktuellem Anlass. Ich gehe davon aus, dass du das mitbekommen hast. Wir haben hier etliche Nachrichten schon bekommen. Jürgen Elsässer wurde, das ist jetzt vielleicht nicht so, das ist hier von Falkensee, Kompaktverbot, wurde eine staatliche Maßnahme gesetzt um 6 Uhr heute in der Früh. Und ich habe mir gedacht, schauen wir mal in dieses Ereignishoroskop hinein. Und das ist dann ähnlich sozusagen zu deuten wie der Anschlag auf Donald Trump beziehungsweise seinen Doppelgänger, was ich eher für wahrscheinlich halte. Und es ist kein Stundenhoroskop. Das heißt, im Stundenhoroskop wäre Jürgen Elsässer natürlich hier zu finden gewesen. Donald Trump wäre im Zehntenhaus zu finden gewesen. Aber bei einem Ereignishoroskop schaut es ein bisschen anders aus. Da wäre hier am ehesten der Aszendent für Jürgen Elsässer. Wie schaut der Aszendent aus? Der ist auf Löwe, Aszendent Löwe und auf Stiergraden. Das heißt, wir sehen Stiergrade von 2 Grad 30 bis 5 Grad. Das heißt, es geht hier um Stolz und Vermögen. Ganz interessant, wir schauen uns dann gleich den Merkur an. Spitze 2. Haus. Wir sehen, nicht nur der Aszendent wird durch die Sonne im 12. Haus repräsentiert. Also Jürgen Elsässer würde sich in dem Fall hier befinden. Auf 24 Grad im Krebs. Das wäre dann auch sozusagen in Konjunktion mit dem Fixstern Pollux. Nicht gerade die angenehmste Besetzung. Aber lassen wir mal hier. Pollux verleiht eine fein singe, gewitzte, geistreiche, gleichzeitig unerschreckende, verwegene Natur. Ja, das würde zu ihm sehr gut passen. Er ist sehr, sehr mutig gewesen. Er ist sehr, sehr klug gewesen. Und er hat sich natürlich nichts von all dem, was man ihm zum Vorwurf gemacht hat, zu Schulden kommen lassen. Es handelt sich hier um einen reinen Willkürakt. Hier im 12. Haus fällt auf, dass er quasi Opfer einer Verschwörung geworden ist. Die Verschwörung. Spitze 12. Haus steht im Krebs. Wir erkennen auch Mond als Herrscherin des 12. Hauses. Regiert auch die Sonne. Und im 5. Haus können wir davon ausgehen, dass hier sozusagen, naja, eine Art, wie sagt man, Risiko eingegangen wurde. Herrscher von 12. 5. Haus. 5. Haus, auch Haus der Kreativität. Und auch der Selbstdarstellung. Aszendent Löwe würde natürlich dann auch den Selbstdarstellungscharakter dieser Aktion so auch ein bisschen unterstreichen. Denn wir haben hier am Aszendenten die Venus und hier Pluto, wenn auch nicht in Opposition, aber doch spiegelpunktartig miteinander verbunden. Die Venus befindet sich zweieinhalb Grad vom Aszendenten entfernt und Pluto befindet sich zwei Grad vom Deszendenten entfernt. Das heißt, wir erkennen hier, was ein Rachespiel. Venus als Herrscherin des 11. Hauses steht für höhere und leitende Behörden. Und hier haben wir es mit einem Rachespiel, Venus Pluto. Da geht es um Vergeltung, um Kontrollzwänge, um Machtbesessenheit. Geht es um Kontrollzwänge von höheren leitenden Behörden. Können wir hier ganz eindeutig erkennen. Und gleichzeitig bezieht sich dieses Macht- und Rachespiel auch auf das vierte Haus, auf das Wohnhaus, auf die Unterkunft. Es war eine Untersuchung sozusagen im häuslichen Bereich. Also das heißt, hier wurde in die Privatsphäre eingedrungen. Wir kennen auch spitze viertes Haus auf Krebsgraden. Das heißt, hier wird das Thema Haus und Hof noch einmal angesprochen. Also eindeutig hier auch die Hausdurchsuchung für mich zu erkennen. Was noch spannender ist, dass hier Merkur als Herrscher des dritten Hauses, drittes Haus, da geht es um Kommunikation, aber auch Kommunikationsmittel. Da würde ich zum Beispiel sagen, ja, jetzt kann man natürlich sagen, Computer wäre ein elftes Haus. Ja gut, aber hier bei einem Verlag würde ich einmal sagen, nehmen wir die Unterlagen. Alles, was im erweiterten Sinne zu den Unterlagen gehört, Herrscher von drei im zweiten Haus. Also das heißt, das, was man braucht als Verlag, um Geld zu verdienen, zweites Haus. Und hier haben wir ein ziemlich exaktes, festes Quadrat zwischen Mond und Merkur. Eindeutig auch hier eine Racheaktion. Mond auf Skorpion, gerade im Skorpion. Spitze fünftes Haus. Also sehr kreativ, sehr kreativ. Das fünfte Haus ist das Haus der Kreativität. Ich würde sagen, in Kombination mit Skorpion wird auch hier sehr listig, sehr hinterlistig vorgegangen. Und wir erkennen auch Pluto als Herrscher des fünften Hauses. Das heißt, hier ebenfalls das Thema, meines Erachtens, Hinterlist und verschlagene Kreativität. Weil Skorpion und fünftes Haus ist ja nicht eine ganz handelsübliche Kreativität. Da haben wir dann noch andere Absichten. Und hier könnte es natürlich sein, weil Mond als Herrscherin des zwölften Hauses ist. Und das zwölfte Haus steht für Auflösung, für Zerstörung, für Vernichtung. Das heißt, dass hier offensichtlich diesen Verlagsmitteln, also all das, was mit der Verlagstätigkeit zu tun hat, wozu ich im weiteren Sinne natürlich auch, ja, elftes Haus, Computer und so weiter rechne. Aber die Aussage ist eine ähnliche. Das heißt, hier dürfte offensichtlich großer Schaden entstehen. Das heißt, hier wird mutwillig etwas beschädigt oder zerstört. Was wir auch hier sehen können, natürlich das elfte Haus bedeutet auch Computer, Arbeitsgerät und so weiter. Das heißt, dass es hier um Venus, Pluto, wenn ich das als die Hardware sehe, dass hier auch über den Pluto-Spiegelpunkt auf der Hauptachse ein Zerstörungswerk angerichtet wird. Wer sind die Behörden vor Ort gewesen? Die Behördenvertreter, die Polizeibeamten vor Ort sind meistens sechstes Haus. Die leitenden Behörden sind elftes Haus. Das sind die übergeordneten. Und das ist die Staatsführung. Das heißt, hier haben wir die Behörden vor Ort und wir haben Herrscher von 6, Steinbock und Saturn als rückläufiger Herrscher des sechsten Hauses im neunten Haus. Das heißt, vermeintlich hier auf dem Weg, Gerechtigkeit zu schaffen, sozusagen hier auch der Wahrheit verpflichtet. Aber die Wahrheit ist natürlich mit spitze neuntes Haus in den Fischen leider auf Urlaub gefahren. Also die Wahrheit ist jetzt nicht gerade zugegen. Und natürlich hier Saturn rückläufig eine sehr stark geschwächte Aktion. Was können wir hier im elften Haus sehen? Das elfte Haus ist natürlich einerseits das Haus der Freunde von Jürgen Elsässer und andererseits ist es aber auch das Haus, Montana gesehen, der leitenden Behörden. Gehen wir zunächst einmal zu den leitenden Behörden. Wir kennen Mars als Herrscher von 10 in 11. Offensichtlich wurde von ganz, ganz oben, von oberster Spitze, wurde hier die leitenden Behörden eingeschworen, aggressiv vorzugehen. Und wir sehen auch die Konjunktion Mars-Uranus als Herrscherin, berichtig, als Herrscher des achten Hauses. Das heißt, hier geht es um ein brutales, um ein rücksichtsloses Vorgehen, wo sozusagen Tabus gebrochen werden. Keine Frage, weil das achte Haus ist das Tabubruch. Und das siebte Haus steht in dem Fall natürlich auch für Feinde, für offene Feinde. Das zwölfte Haus steht für heimliche Feinde. Ganz interessant, wie das hier alles sehr klar drinnen steht. Und das heißt, hier wurde von ganz oben angeordnet, brutal vorzugehen. Wir haben, ja, natürlich, Jupiter, eingeschlossener Herrscher des fünften Hauses im elften Haus, bedeutet in dem Fall auf Behörden bezogen ein großes Kreativitätspotenzial, also das heißt, ein schier unbegrenzter Einfallsreichtum. Aber Jupiter eben ist dadurch, dass er hier eingeschlossen im elften Haus ist, spielt meines Erachtens in dem Horoskop jetzt nur eine untergeordnete Nebenrolle. Und wenn ich das jetzt als das Haus der Freunde betrachte, dann haben wir hier eine ganz interessante Verbindung, weil wir haben hier den Maß, also auf 26 runden wir auf, sagen wir 27 Grad. Uranus auf 26 runden wir ab, 26, 27, Sonne auf 24 Grad. Das heißt, wenn wir jetzt hier das anschauen, dann sehen wir Jürgen Elsässer, Mars, 27 Grad, Freunde, in drei Tagen, also das heißt um den 19. herum, Richtung Wochenende gehend, wird ihm offensichtlich möglicherweise, ein Sextil heißt nur die Chance, könnte ihm von Freunden geholfen werden. Und Uranus mit 26 Grad, also schon in zwei Tagen um den 18. herum, haben wir hier offensichtlich das siebte Haus, steht natürlich auch für Partner, für Verbündete, es ist nicht nur die Feinde, sondern das können auch Verbündete sein. Und achtes Haus, die Macht haben. Offensichtlich hat er mächtige Kontakte, die wir nicht kennen. Und hier könnte ihm etwas zu Hilfe eilen. Und interessanterweise wird der Mond, ja, blöd für den weiblichen Mond, wird der Mond, der jetzt hier auf, was haben wir gesagt, 19 Grad steht, oder? Ja, 19 Grad ungefähr. 19 Grad, das heißt, hier haben wir 5 Grad, das heißt in 5 Tagen. In 5 Tagen kann es durchaus sein, das heißt, das wird dann schon der, ja, meine Rechenkünste sind legendär, das wird der 21. sein, dank Kalender kann ich hier nachschauen. Na, Sonntag wird es nicht sein. Aber sagen wir, am Montag der nächsten Woche, am Montag der nächsten Woche wird sich hier offensichtlich etwas sehr konstruktiv auflösen. Also das Ganze ist natürlich hier eine übereilte Aktion gewesen, wahrscheinlich auch diesem Mars-Uranus-Aspekt geschuldet, also das heißt, dass hier übergroße Nervosität, übergroße Aggressivität aus dem Bereich der Behörden hier zu erwarten ist, also hier eine Art gnadenloses Vorgehen und gleichzeitig aber auch eine Art Husch-Pfusch-Aktion mit natürlich, ja, das wäre zu weit gegriffen. Aber mein Gefühl sagt, wir werden hier einen großen weltweiten medialen Aufschrei sehen und hören und vernehmen und wir werden hier natürlich den Vorwurf von vielen Ländern hören, dass hier sozusagen regelrecht diktatorische Maßnahmen durchgeführt wurden. Ja, wir sehen hier kleinmütige Rache und hier natürlich ebenfalls, ja, gut, jetzt kann man sagen, Merkur, Mond, Mond, Merkur, Kommunikationsmissverständnis und so weiter, gut, das kann durchaus sein, aber ich sehe hier in erster Linie eben die Beschädigung dieses beschlagnahmten Materiales und gleichzeitig auch hier ebenfalls die Beschädigung Pluto-Venus von elektronischen Datenträgern. Ich vermute, die Datenträger werden zurückgegeben, aber sozusagen die Festplatten sind dann schön wieder neu verwendbar, weil da nichts mehr drauf ist. Könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, das ist jetzt meine Verschwörungstheorie. In Summe interessantes Horoskop, sehr viele Emotionen hat das ausgelöst und wir hoffen natürlich, dass das Ganze möglichst schnell erledigt wird, weil wir sehen hier natürlich auch, dass das zweite Haus, das steht auch für die Konten und Sonneherrscher von zwei in zwölf wäre natürlich auch Auflösung von Konten oder durchaus kann auch für Beschlagnahmung stehen. Also das heißt, das zwölfte Haus steht auch für Verschwinden. Gut, das war nur von meiner Warte ein schneller, kurzer Einblick. Ich möchte mich an der Stelle bei der Karoline ausdrücklich bedanken, weil wir haben dieses Horoskop zuvor telefonisch ein bisschen besprochen und sie hat mich auf sehr gute Gedanken gebracht und hat mir sehr wertvolle Impulse gegeben. Nochmal ganz lieben Dank. Ich sehe gerade, ich sehe gerade, ich sehe, ich sehe, was ich nicht sehe. Na, aber für Quadrat, naja, naja, mit Merkur, Merkur, da wird noch was rauskommen, weil hier sehen wir die Schwierigkeiten, hier sehen wir die Spannungen bezüglich dieser Mars-Uranus-Konjunktion. Also das heißt hier mit dem beschlagnahmten Material, Mars-Uranus, puh, das schaut mir nicht so gut aus. Das möchte ich jetzt nachschauen. Ich weiß das auch nicht alles auswendig. Mars-Uranus, schauen wir mal, Mars-Uranus-Merkur, was da darauf zukommt. Selbstständiges Handeln an die Nerven, hohe Anforderungen stellen mit Berechnung, Verletzung, Nervenüberreizung ausgeklügelt. Aha, interessant, 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 interessant. Also das heißt hier natürlich, das dritte Haus steht dann natürlich auch für die öffentlichen Medien, für die mediale Wahrnehmung und hier könnte es natürlich dann sein, dass hier die Berichterstattung, weil das wäre dann die Berichterstattung der Merkur, jetzt in einer anderen Interpretationsmöglichkeit. Merkur steht auf was, oder 20 Grad oder so ungefähr? Ja, 20 Grad und Uranus 26 Grad, Mars 27 Grad. Das heißt, naja, in einer Woche, nächste Woche, könnte die PR vernichtend sein, weil das fällt den Stazipaten, weil Mars ist ja hier unmittelbar betroffen mit 27 Grad, Merkur 20 Grad. In einer Woche, in sieben Tagen, fällt Ihnen das ordentlich auf den Deckel. Und das ist gut so. Alles Liebe, euer Astrowolf. Ende. Und das ist gut.